315 Euro pro Jahr an Stromkosten gespart. Das funktioniert und zwar ganz automatisch, ohne dass ich oder vor allem du irgendetwas dafür tun musst. Wie das funktioniert, das erfährst du jetzt hier. Hallo, hier der Steve von Geniale Geldideen. Heute geht es nicht um Investitionen und nicht darum Geld zu verdienen, sondern Geld zu sparen. Und bei mir sind es alleine 315 Euro pro Jahr, die ich ab sofort mindestens an Stromkosten spare. Und das schaffe ich nicht, indem ich aufwendig irgendwelche Stromanbieter vergleiche, sondern indem ich das Ganze einfach machen lasse. Wie genau, das erfährst du jetzt. Also bleib auf jeden Fall dabei. Sogar die Stiftung Warentest sagt ja, dass sich der Stromanbieterwechsel auch im Jahr 2020 noch lohnt. Und wenn du das schon mal gemacht hast, dann weißt du, da gibt es einige Dinge, die ziemlich dumm sind und sehr, sehr aufwendig, wenn man selbst seinen Stromanbieter wechseln möchte. Du musst wissen, wann du denn kündigen musst. Du musst selber selbstständig kündigen und zwar rechtzeitig. Du musst andere Anbieter vergleichen, auswählen, welches das beste und seriöseste Angebot ist. Außerdem einen Antrag rechtzeitig auf den Stromwechsel stellen und am besten auch noch die Preiserhöhungen immer im Blick behalten. Denn dann, wenn eine Preiserhöhung ansteht, dann hast du sogar ein Sonderkündigungsrecht. Alles das zu berücksichtigen, ist nicht immer ganz einfach. Dann gibt es natürlich Vergleichsportale wie Verivox und Co. Du hast sie bestimmt alle schon mal gesehen und gehört. Aber die helfen dir nicht, regelmäßig den Anbieter neu zu hinterfragen und neu deinen Anbieter zu finden, bei dem du richtig Geld sparen kannst. Es sei denn, du hast den richtigen Anbieter und die richtige Plattform und zwar sogenannte Stromaufpasser. Und ein Portal davon, für das habe ich mich entschieden und da kommt nämlich jetzt gleich mein Beweis ins Spiel, wie ich es geschafft habe, 315 Euro pro Jahr an Stromkosten zu sparen mit dem Anbieter Wechselpilot. Also wir gucken jetzt mal direkt rein, wie einfach das ist. Es gibt natürlich auch andere Anbieter, aber ich kann Wechselpilot eben empfehlen, weil ich selber da Kunde bin und garantieren kann, dass es wirklich funktioniert. Und es ist total einfach. Wenn du auf die Homepage gehst, dann siehst du gleich, wie das Ganze funktioniert. Nämlich einfach, unabhängig und sicher. Und du kannst einfach hier schon, bevor du dich eingeloggt oder angemeldet hast, mal deine Postleitzahl oder irgendeine Postleitzahl eingeben. So, diese beispielsweise. Und nehmen wir mal an, wir sind zwei Personen in einem Haushalt, verbrauchen aber mehr als so der Durchschnitt. Der wird automatisch hier automatisch eingegeben. Nehmen wir mal an, wir verbrauchen 2400 Kilowattstunden pro Jahr. Und dann kann ich mir hier die Optionen anschauen und zum Beispiel meinen Anbieter, offensichtlich ist in dieser Region Emscher-Lippe Energie GmbH einer der bekanntesten Anbieter. Und wenn da mein Tarif dabei ist, zum Beispiel die Strom plus Grundversorgung, dann kann ich das hier schon auswählen. Klicke dann einfach nur auf Ersparnis berechnen. Und dann berechnet das System schon ganz von alleine, wie viel Geld ich sparen könnte. Nämlich 284 Euro im nächsten Jahr, wenn ich jetzt meinen Stromanbieter wechseln würde. Und das alles völlig unverbindlich. Dann kann ich mich hier registrieren, um ein unverbindliches Angebot zu erhalten. Und man sieht sowohl an den Google-Bewertungen aus Juni 2020, 4,9 von 5 Punkten, und dem Finanztest 4 2019 der Stiftung Warentest, dass dieser Anbieter Wechselpilot tatsächlich ein seriöser Anbieter ist. Und ich zeige euch jetzt nochmal, wie das Ganze tatsächlich funktioniert. Gehe nochmal hierhin zurück und beantworte die wichtigsten Fragen, die du wahrscheinlich hast. Denn du musst überhaupt nichts tun bei diesem Anbieter. Du hast dich einmal registriert und dann wechseln die automatisch. Das heißt, die kümmern sich um den gesamten Schriftverkehr, um die Kündigung, um das Auswählen eines neuen Anbieters, um die Einhaltung der Fristen und so weiter und so weiter. Dabei sind hier auch schwarze Schafe bei Stromanbietern aussortiert. Also diejenigen, die unseriöse Anbieter sind, die kommen überhaupt gar nicht erst hier in diese Empfehlungsliste rein. Und dann ist natürlich die Frage, wie verdient denn Wechselpilot überhaupt sein Geld? Ganz einfach, wenn du tatsächlich etwas gespart hast, dann bekommst du am Ende des Jahres 20% von dieser Ersparnis als Gebühr für diese Dienstleistung abgezogen. Das heißt, du merkst gar nicht, dass du letztendlich etwas dafür bezahlst. Und je mehr du sparst, umso mehr bekommt natürlich Wechselpilot, umso mehr Ersparnis hast du aber auch. Und jetzt kommt der Beweis, ich gehe tatsächlich hier einmal rein in meinen eigenen Account und du siehst hier meine erwartete Ersparnis. Am Ende des kommenden Jahres sind 315 Euro und ich habe nur einen Stromvertrag abgeschlossen. Ich kann natürlich noch andere Sachen machen. Das ist das Tolle, man kann auch mehrere Verträge gleichzeitig managen. Ich kann hier noch meine Gastarife übersichtlich gestalten und auch wechseln lassen, ganz automatisch. oder eine Wärmepumpe oder Nachtspeicherheizung. Und je mehr Verträge du hier hinterlegst, desto mehr Ersparnis hast du tatsächlich. Und wie gesagt, bei mir sind es 315 Euro, bei dir sind es vielleicht mehr oder weniger. In jedem Fall ist das eine Möglichkeit, wie du auf seriöse Art und Weise mit extrem vielen guten Bewertungen bei Google und sogar im offiziellen Test bei der Stiftung Warentest richtig, richtig Geld sparen kannst, ohne dass du etwas machen musst. Und das ist hier wirklich, der Name ist Programm, ich bin absolut fasziniert, zurücklehnen und sparen. Und rechtzeitig vor dem nächsten Wechsel kriegst du dann einfach nur eine E-Mail, da steht drin übrigens, bald steht wieder der Stromwechsel an. Guck doch mal, ist das okay, wenn wir diesen Anbieter für dich auswählen, dann leiten wir jetzt alles in die Wege. Also absolut einfach, ohne etwas zu tun, Geld zu sparen, besser könnte es nicht sein. Ich habe dir den Link zu Wechselpilot direkt nochmal in die Videobeschreibung reingepackt, damit du auch sofort mit dem Sparen beginnen kannst. Du siehst, es kostet nichts, sich anzumelden und wenn du nichts sparst bei deinem Stromanbieterwechsel, dann kriegen die auch kein Geld von dir. Von daher hast du absolut kein Risiko, aber kannst jede Menge Geld sparen. Und dieses Geld, was du sparst, das kannst du in dich selbst investieren oder in geniale Geldideen, mit denen du richtig Kohle scheffeln und im Internet erfolgreich sein kannst. Wenn du es selber mal ausprobiert hast oder ausprobieren willst, dann schreib es gerne in die Kommentare. Außerdem freue ich mich natürlich wie immer über ein Like und über ein Abo kostenlos bei meinem Kanal. Bitte klick gerne auch auf die Glocke, dann wirst du automatisch bei neuen Videos benachrichtigt. Das war es für heute, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, der Steve von Geniale Geldideen.